Es gibt eine Persönlichkeitseigenschaft, die alle Menschen gemein haben, die langfristig gesehen selbstsicher sind. Was diese ist und wie du sie selbst in deinem Alltag kultivieren kannst, das in diesem Video. Viel Spaß damit und viel kommunikativen Erfolg. Herzlich willkommen, Benedikt Held von der Redefabrik hier. Freut mich, dass du dabei bist und ich möchte gleich zum Anfang das Geheimnis lüften. Die Persönlichkeitseigenschaft, die alle selbstsicheren Menschen, zumindest die langfristig gesehen selbstsicher sind, die diese haben, ist Selbstbewusstsein oder Selbstbewusstheit. Warum das? Selbstbewusstsein ist doch Selbstsicherheit, denkst du wahrscheinlich. Das werde ich hier in diesem Video lange erklären und auch zeigen, wie du es langfristig gesehen bei dir selbst in den Alltag einbauen kannst. Und da die heutige Buchempfehlung von Horst Vogel, ach könnte ich euch doch nur ändern, mit echt coolen und tiefen Erkenntnissen dazu, was bewusstes Leben, bewusstes Sprechen, bewusstes Denken und Handeln ist, und wie man das auch selbst mehr in seinen Alltag integrieren kann. Denn oft verfallen wir in Denkmuster, in Gewohnheiten, die wir schon vorher, beispielsweise in der Kindheit, uns erarbeitet oder in uns selbst eingebaut haben. Wie man diese erkennt, wie man eventuell diese wertschätzt oder auch ablegt, um andere neue Denkmuster und Handelsmuster zu haben, das in diesem Buch sehr gut erklärt und insgesamt, wie man zur Veränderung oder zur Anstoß der Veränderung im eigenen Leben werden kann und eben nicht darauf wartet, dass andere Leute die Verantwortung oder die Schuld, ich sag mal, für unsere eigene Entwicklung im Leben bekommen. Heißt ein richtig cooles Buch, ich verlinke es dir gerne unten in der Videobeschreibung. Kommen wir zum eigentlichen Thema. Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit. Ist es nicht genau das Gleiche? Nein, es ist nicht genau das Gleiche. Also ich meine, klar, im normalen Alltag verwendet man das oft Synonym und deswegen mache ich es hier auf dem Kanal oft auch. Aber wenn man es genau nimmt, vom Wort her, ist Selbstsicherheit, einfach wie der Name es schon sagt, dass man sich selbst sicher fühlt und sicher handeln, sprechen und denken kann. Und Selbstbewusstheit ist eigentlich nur eine Vorstufe davon. Das ist noch nicht die Selbstsicherheit wirklich, sondern nur einer der Faktoren, die zum Thema Selbstsicherheit reinspielen. Und zwar, dass man sich bewusst darüber ist, wer man selbst ist und generell über sein ganzes Leben eine gewisse Bewusstheit hat und eben nicht unbewusst lebt. Warum ist das ein Faktor für ein großes Selbstvertrauen oder auch für einen hohen Selbstwert? Ganz einfach, weil je bewusster wir leben, desto genauer können wir Dinge betrachten und desto eher können wir auch selbst die Veränderungen in unserem Leben werden, die wir sein möchten oder die wir anstreben möchten. Ich gebe euch ein paar konkrete Beispiele aus vielen verschiedenen Bereichen, dass ihr versteht, wie weitreichend dieses doch am Anfang relativ simpel klingende Konzept doch wirklich ist. Fangen wir an mit dem ersten Beispiel. Du solltest dir selbstbewusst darüber sein, was deine Stärken und was deine Schwächen sind. Was deine Stärken sind, ist eigentlich noch relativ klar. Natürlich steigert das dein Selbstwertgefühl. Warum? Wenn du dir darüber bewusst bist, dann weißt du, was du gut kannst. Und dann kannst du stolz darauf sein, hast dein gutes Selbstvertrauen in diesen Bereichen. Trotzdem, die meisten Leute wissen nicht, was ihre wirklichen Stärken sind. Das solltest du herausarbeiten, reflektieren, sowohl natürlich nach Fremdeinschätzungen fragen, was andere Leute denken, was du gut kannst. Auch schauen, wofür kriegst du Komplimente, worauf sprechen dich Leute an, wo wollen andere Leute vielleicht Hilfe von dir in welchen Bereichen. Das sind deine Stärken. Und schau auch bei dir selbst, was empfindest du selbst als deine Stärken. Wenn du das schon mal herauskristallisiert hast und das auch einfach mal testest und weiter daran feilst, dann wirst du schon mal viel Selbstvertrauen gewinnen. Denn wenn du Bewusstheit darüber hast, dann weißt du, dass du dich in diesem Bereich sicher fühlst. Warum ist allerdings auch die Bewusstheit über die Schwächen förderlich für dein Selbstbewusstsein und für dein Selbstvertrauen? Ganz einfach, weil du dann weißt, in welchen Bereichen du nicht so stark bist. Und wenn du sie verdrängst, wirst du vielleicht kurzfristig gesehen dich darüber freuen oder vielleicht auch etwas mehr Selbstvertrauen in dir selbst haben. Allerdings, wenn du langfristig gesehen ein Selbstwertgefühl aufbauen möchtest, dann solltest du auf jeden Fall auch Bewusstheit über deine Schwächen haben, um entweder an ihnen zu arbeiten oder sie zu akzeptieren und zu sagen, zumindest im jetzigen Moment bin ich so, in der Zukunft möchte ich mich verbessern in dem Bereich oder einfach zu sagen, ich bin nun mal so und es ist okay, dass ich in diesen Bereichen eine Schwäche habe. Weil immer sagt man, alle Menschen haben Schwächen, alle Menschen haben Fehler, das ist gar kein Problem. Aber das auch wirklich bewusst zu verinnerlichen, das geht nur, indem du ein hohes Maß an Selbstbewusstsein hast. Heißt, dir bewusst darüber bist, was deine Stärken und Schwächen sind. Zweiter Punkt, du solltest dir auch bewusst über deine Ziele sein. Ziele müssen jetzt nicht unbedingt klare, genaue Zahlen, Daten und Fakten sein, die du bis zu dem Jahr erreicht haben möchtest. Das kann es sein und das ist auch durchaus förderlich. Es kann aber auch einfach sein, dass du jetzt in dem Moment einfach mal zielgerichtet handeln möchtest. Also, dass du einfach sagst, ich weiß zum Beispiel noch nicht, wo ich in fünf Jahren stehen möchte, aber mein Ziel für jetzt ist es, das herauszufinden. Oder zumindest verschiedene Dinge auszuprobieren, um das herauszufinden. Heißt, das ist eine besonders gute Möglichkeit, einfach diese Selbstbewusstheit oder das Selbstbewusstsein über die Ziele zu bekommen. Dann weißt du nämlich, wo es in deinem Leben hingehen soll. Und egal, ob du diese Ziele erreichst oder nicht, im Handeln bekommst du schon dadurch Selbstsicherheit, Selbstvertrauen, weil du einfach zielgerichtet handelst. Das ist so der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist auch, dass du dir verdeutlicht, und das ist auch nochmal besonders wichtig, dass du eine Bewusstheit über die ganz großen Bereiche deines Lebens bekommst, dein Denken, dein Sprechen und dein Handeln. Fangen wir erstmal an mit deinem Denken. Warum solltest du darüber Bewusstheit erlangen? Ganz einfach, weil wir immer wieder in Denkmuster fallen, und sei es jetzt durch Meditation, durch Selbstreflexion oder durch andere Möglichkeiten, wenn du diese Selbstbewusstheit über dein Denken bekommen hast, dann hast du auch den Ansatzpunkt, um anderes Handeln oder anderes Sprechen hervorzurufen. Und deswegen bekomme über deine Denkmuster, über dein positives, optimistisches, über dein negatives, pessimistisches Denken eine Klarheit. Denn erst wenn du diese hast, kannst du da ansetzen, um einfach ein erfüllteres Leben oder ein glücklicheres Leben zu führen. Denn ihr alle wisst es, hier auf dem Kanal habe ich das schon sehr oft gebracht, das Denken ist die Grundlage für das Handeln und das Sprechen. Von daher denke daran, dass du dein Denken mit deiner hohen Bewusstheit verfolgst. Und wie gesagt, nicht diese Sachen irgendwie wegschiebst oder dein Denken, auch wenn du mal vielleicht negative, selbstzerstörerische Gedanken hast, dass du diese irgendwie ablehnst, sondern dass du auch diese akzeptierst und mit einer vollen Bewusstheit ansiehst. Wie gesagt, kurzfristig kann es besser sein, negative Dinge wegzuschieben, aber langfristig gesehen solltest du immer eine Bewusstheit entwickeln, um langfristig gesehen entweder daran zu arbeiten oder es zu akzeptieren. Zweitens, bei diesem großen Themenbereich, Denken, Sprechen, Handeln, ist das Sprechen. Warum solltest du auch darüber eine große Bewusstheit haben? Ganz einfach, hier auf dem Kanal geht es eigentlich nur darum, eine Bewusstheit über deine Kommunikation zu bekommen. Und das hilft dir einfach zu verstehen, dass wenn du Dinge vielleicht denkst, aber nicht aussprichst, dass das an deinem Selbstwertgefühl zehrt. Oder dass wenn du Dinge vielleicht in einer falschen Intensität, wie es in diesem Buch auch beschrieben wird, sagst, also dass du beispielsweise vielleicht anderen Leuten vor den Kopf stößt, andere Leute verärgerst, andere Leute verunsicherst oder auch anderen Leuten vielleicht nicht die Möglichkeit gibt, sich selbst zu kommunizieren, also dass du auf deine Kommunikation, auf dein Sprechen oder auch dein Nichtsprechen, dein Zuhören, dass du darauf achtest, ist ganz wichtig, weil im Endeffekt sind wir soziale Wesen und unser Selbstwertgefühl wird auch dadurch genährt, was wir sagen und ob wir uns integer quasi aussprechen oder ob wir Dinge nur denken, sie aber nicht aussprechen. Und das zehrt an deinem Selbstwertgefühl. Deswegen, um ein Selbstwertgefühl aufzubauen, solltest du Selbstbewusstheit oder Selbstbewusstsein auch im Bereich deines Sprechens oder deiner Kommunikation insgesamt haben. Und dann noch der dritte Bereich in diesem Sprechen, Denken, Sprechen, Handeln Modell ist das Handeln. Heißt, bekomm eine Klarheit darüber, wie du handelst und schau auch an, wo vielleicht dein Ist und wo dein Sollwert ist. Heißt, wo du hin möchtest, was du dir denkst, was du vielleicht auch worüber du sprichst und was du machen möchtest, was deine Ziele sind, aber dann auch zu schauen, wie du wirklich handelst. Eventuell handelst du kongruent oder so stimmig aufgrund deiner Denkmuster oder aufgrund deiner Ziele und das ist dann natürlich sehr gut und das steigert dein Selbstwertgefühl. Allerdings gehst du vielleicht auch manchmal vom Weg ab, weil vielleicht Prokrastination, also sag ich mal Aufschieben oder Unmotiviertheit und so weiter und so fort, dich einfach nicht auf dem richtigen Weg hält und du, sag ich mal, deine Ziele, die du dir vielleicht intern gestellt hast, sie nicht wirklich im Außen verfolgst und dann nur darüber redest oder nur daran denkst, aber nur durch konkrete Handlungen wirst du diese Ziele auch erreichen. Heißt, da solltest du auch eine hohe Selbstbewusstheit darüber erlangen, um einfach zu sehen, wo es man ist und wo man soll wert und wie kann ich integra handeln. Heißt, mehr in Linie sein von meinem Denken, meinem Sprechen und meinem Handeln. Das sollte alles auf einer Linie sein und wenn das auf einer Linie ist, dann egal was die Resultate sind, wird dein Selbstwertgefühl, wird deine Selbstsicherheit ansteigen. Alles jetzt in einem nochmal zusammengefasst. Habe eine hohe Selbstbewusstheit oder ein hohes Selbstbewusstsein über dein Leben. Heißt, werde dir wirklich bewusst und schaue den positiven Dingen wie die negativen Dingen, deinen Gewohnheiten, aber auch den Verhaltensweisen, die du selten zeigst, genau ins Gesicht. Erlange eine hohe Selbstbewusstheit dadurch und mach das am besten jetzt direkt nach dem Video. Nimm dir wirklich mal 15 Minuten mindestens Zeit, um einfach mal zu reflektieren. Denn je länger, desto besser und natürlich an mehreren Tagen auch noch viel besser, um einfach eine Bewusstheit über dein Leben zu erlangen, um darauf aufbauend neue Veränderungen einzuleiten oder deinen Jetztzustand zu akzeptieren. Oder beides. Erst zu akzeptieren und dann eine Veränderung einzuleiten. Das kann ich dir wirklich nur empfehlen und falls dir dieses Video gefallen und auch geholfen hat, dann kannst du gerne ein Like da lassen und hier kannst du den Kanal abonnieren, dass du keine neuen Videos mehr verpasst. Hier oben geht es zum Redefabrikampus, einer Facebook-Gruppe mit täglichen Kommunikationsaufgaben, mit Livestreams und natürlich auch dem Austausch in der Gruppe. Zusätzlich kannst du hier noch zwei andere Videos von mir sehen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, viel Spaß beim Anwenden und viel kommunikativen Erfolg.